Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, mein Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Jo, ich bin schon mal auf die Karte gegangen. Ich dachte, wir starten jetzt direkt mit Kapitel 7. Äh, ja. Beim letzten Mal hatten wir Anna freigeschaltet und mir war schon klar, dass das die Händlerin aus den alten Spielen war. Das war mir schon mehr als klar. Ich wollte nun nicht irgendein Spiel spoilern von den vorherigen Parts. Das wollte ich mal eben kurz aufklären. Also, ich weiß schon, wer Anna war. So, jetzt nichtsdestotrotz, wir wollen mit Kapitel 7 heute weitermachen. Wir haben ja eben mal erst die Nebenquesten, bevor wir die Hauptsorgen machten. Im Übrigen, äh, ich habe einmal in so eine Schlacht hier reingeguckt, also, wo so ein komischer Typ auf der Karte zu sehen ist. Und das sind echt einfach nur Trainingsmissionen. Also, da kann ich, wenn ich will, ausgesehen, so ein bisschen meine Charaktere ein bisschen leveln. Was ich wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen mehr machen werde. Aber jetzt, erst mal, gehen wir ins Kapitel rein. So, wir haben es über die Bordel. Wir sind in Brodia-Territory, jetzt. Der Landschaft hier, ist so anders aus dem Firinay. Nichts, aber ein Räuber-Terrain, all around uns. Watch out! Wir sind unter attack? Name yourselves! Ich würde das gleiche Request von dir machen. After all, du bist derjenige über unsere Bordel. Identifiziere dich selbst, oder ich werde sagen, dass du Thieves sind. This time, ich werde nicht missen. Ich bin der Divine Dragon von Lethos, nicht ein Thief. Ich bin Alfred, der Heir zu der Throne von Firinay, und deinem Alli. Der Divine Dragon und der Krone von Firinay? Das ist richtig. Jetzt würde ich wissen, wer bist du, wenn du uns so schüttetst? Ich... Ich bin so, 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 so sorry! Huh? Ich schreckte den Divine Dragon und den Krone von Firinay. Ich bin, bitte finden Sie in Ihren Geist, um mich zu verabschiedern. Ich bin, bitte verabschiedern. Ich bin, bitte verabschiedern. Ich bin, bitte verabschiedern. Erstmal komplett bedrohend. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Die eine wird sehr bösartig gerade. Ja, das habt ihr Anschläg gemacht. Ich werde es nicht mehr schützt, Prinz Alcrist. Ich werde es nicht mehr schützt, Alcrist. Ich werde es nicht mehr schützt, Alcrist. Du hast keine Art von wissen, wer sie waren. Es war nicht möglich, dass deine Party in einer mehr Royal, mehr resplendenten Art? Das ist das Kingdom of Warriors. Wenn du nicht ein Schiff aufgerüstertest bist, du nicht inhaltst. Hier sind die Schwigge und die Schwigge. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen testieren. Der ist ja nicht königlich genug angezogen, ne? Ja, das ehrt mich sehr. Aber das erste Mal schießt keinen Pfeil auf mich. Äh, wo ist deine Entschlossenheit vor gerade eben hin? Äh, wo ist deine Entschlossen? Wir kommen bald auf der Grand Crossin. Das wird uns nach dem Kastel. Sehr gut. Divine One, wenn ich bitte. Ich fragte etwas, was die Queen Eve gesagt hat in ihrer Lettere. Ist es wahr, dass Elusia hat Sombron verlassen? Es ist wahr. Ein Elusian, die wir haben gesagt, haben wir so viel gesagt. Ich verstehe. Wir hörten rumors zu diesem Effekt. Aber ich bin nicht bereit zu glauben. Immer diese Nachbarn, ne? Meine Nachbarn sind auch manchmal für die tolle... Es hat eine Red Stone und eine gewisse... ...Gallant Aura. Diamant, der Kräuter Prinz, hat mir gesagt, dass er eine Sprache von der Ring gehört hat. Er ist ein wunderbarer Mensch. Ich bin glücklich, dass sein Bruder sein ist. Du ihn wirklich magst, nicht wahr? Oh, ja. Er ist stark, wunderschön, wunderschön. Der König liebt ihn. Wie auch unsere Menschen. Mein Bruder ist aus der noblesten Klappe. Ich bin froh, dass ich aus der Tattern gemacht wurde. Es gibt keine Chance, dass du so hart auf dich selbst sein kannst. Ah, da ist es. Der Grand Crossin. Da. Das sehen keine Soldaten aus dem Banditen. Entweder das, oder die Verzerrten. Elucian Soldaten. Sie haben den Bruder. Nein. Endlich. Es hat dir lange genug gedauert. Sehr verrückt, eine Prinzessin zu warten. Sehr verrückt. Prinzessin? Das wäre ich. Die zweite Prinzessin von Elugia, Hortensia. Nun dann. Hallo, alle. Tatsächlich glaube ich hier das mit der Prinzessin. Elugias' zweite Prinzessin? Aha. In der Blasch. Und du bist der Divine Dragon. Äh. Genau. Eww, ich wusste es. Ich kann total sagen. Du bist der schönste. Das ist ein dead giveaway. Ich dachte immer, Lumeiro war der einzige Divine Dragon. Du hättest mich mit einem Klapp, wenn ich herausgefunden habe, dass es noch ein anderes war. Wow. Es sind die vermagte Augen von dir sind etwas zu sehen. Das ist das eine von der Blasch. Ich habe mich nicht mehr versucht, wenn du den Dunstern bist. Du bist der Blasch. Ich habe mich auch mit einem Klapp. Und du bist der Blasch. Ich habe mich mit ein wenig devant. Bäric Country. Du bist immer invadiert unser Territory, baut unsere Land. Es ist das Schlimmste. Du wirst, wie viele Leute du hast? Nicht nur Soldaten, sondern Leute regulär? Wir sind nicht nur invadiert, um zu expandieren. Wir halten dein Vicious Unpredictable Kingdom in check. Ich denke, dass du retaliationst? Launchen eine Voll-Scale Invasion für deine Revenge? Nichts. Ich kann nicht so ein Ambitious Attack führen. Ich bin nur hier, um deine Reine zu nehmen. Bei der Ordnung von meinem Vater, King Hyacinth. Er hat dir gesagt, das zu tun? Ja. Jetzt, wenn du eine Reine zu nehmen, du bist eine Reine zu nehmen, als eine Prinzessin. Nun. Aw, ich dachte, nabber deine Reine zu nehmen wäre der einfachste Job. Glückliche große Siss, um das Kassel zu zerstören. Die Kräuter Prinzessin? Sie wird das Kassel zu zerstören? Oops. Probably shouldn't have said that. We must go right away. Ha! As if I let you pass. My father is gonna be so proud of me. All illusion soldiers forward march. Get me those rings. So, was haben wir denn hier auf der Karte? Gibt es irgendwelche speziellen Menschen? Also, ich brauche auf jeden Fall meinen Bogenschützen. Das sehe ich jetzt schon. Ich sehe auch nicht viele gegnerische Bogenschützen, um ehrlich zu sein. Da sind zwei Leute. Bei denen hätte ich eventuell sogar den Verdacht, dass man die eventuell anwerben kann. Sie sehen zumindest so aus. Wenn ja, ist die Frage wie. Also, die muss ich definitiv umlieten. Vielleicht kann ich ja wirklich mit denen reden. So, ich teile jetzt erstmal meine Einheiten zu. So, ich bin jetzt soweit fertig, die einzuteilen. Wollen die sich mir nicht anschließen? Darf ich die noch selber steuern? Sind das alles Bogenschützen? Wenn ja, hätte ich mir etwas hier schenken können. Was ist ein Junge? Ich glaube, die muss ich selber ansprechen, auf jeden Fall. Mindestens die da auf jeden Fall. Die Gold, Mary. Die klingt schon so, als ob ich sie ansprechen muss. Aber seid ihr jetzt alles Bogenschützen? Nee. Du bist doch kein Bogenschütze. Du bist ein Schwertkämpfer. Gefällt die Kampfmusik hier schon mal. Habe ich den langen Bogen nicht? Ach, ich komme gerade so nicht ran. Okay. Schmetterwaffen, mächtige Waffen, wie Klingen oder Großlern, zum Fügen, Gegnern Schmetterschaden zu. Und stoßen sie ein, fährt zurück. Okay. Ach so, die Eisenklinge ist eine Schmetterwaffe. Ich kriege sechs Schaden, äh, sechs Schaden, er kriegt 18, das passt. Hau drauf. So, die schalten wir einfach instant aus. Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Der Jung braucht echt Selbstvertrauen. So, und Wander. Heff, Pfand. Ich will nur kurz gucken, was haben die da für Waffen? Ein langen Speer. Okay, ich bleib beim Wurfball. Oh ne, ich sollte hier mit einem Hammer draufhauen. Nicht vergessen, die Dinger können sich wehren. So, nochmal vier Schaden und mit dem nächstbesten kann ich draufhauen. Ich habe das. Pfand, ich habe bricht. Oh, habe ich mich instant damit draufhauen. Ich hatte dich zu stoppen. Oh, wieder ein Level ab. So, und jetzt darf sich jeder erstmal bewegen. Verstehen die jetzt? Oh, die kenne ich doch, Lucina. Ja. Aber wie ist sie hier ohne mich zu schaden? Ja. Schau dir deine Gesichter. Du schade, 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 Du denkst, die Embleme waren nur ein you-ding? Nicht von einem langshaften. Ja, das ist ein cool trick, hm? Ich bin so glücklich, dass ich es benutze. Und es ist alles dankz, Das kriegst du so zurück. Dunkle Singen, groß. Okay. Okay. Gut zu wissen. Aua. Ich hab gehört, jetzt werden ein paar Magi auf jeden Fall verdroschen. In dein Gesicht. Ich hab's gemacht. Okay. All rein. Ich habe ihn gemacht. Ich hab ihn gemacht. Das ist wie der Langbogen. Und tschüss. So, die finishen wir jetzt auch. Das war eine gute Session. Ich glaube, mit dem Teleport-Ragnar sollte ich noch warten. Adieu. Ah, ich hätte oben auch einen Bogen schützen lassen sollen. Aber ich kann die hier gut treffen mit dem langen Bogen. So, die schieße ich einfach runter. Keine Gefahr. Eisengroßachs. Oh, wieder so eine Schmetterwaffe. Muss ich dann frühestmöglich am Wander weitergehen. Ich mach dich fertig. Okay, bisher war es easy. So, will ich hier oben noch irgendwer kämpfen? Ja, auf jeden Fall. Muss ich eine Axt werfen. Und direkt darauf folgt ein Speer. Wohahaha. Auch wenn der eigentlich jetzt im Graben liegen müsste. Ja, ich hab mit Frau mir eben kurz jemanden geheilt. Und die bewegt sich jetzt sofort dahin. So, hier wollen direkt drei Leute Stress. Ich würde mal sagen, das ist ein Bündnismoment. Das ist definitiv ein Bündnismoment. So, move 31. Ich blockiere deinen Weg. Ja, das war wohl nix. Ich hab sicherheitshalber mit allen, die dort stehen, eben kurz Bündnis gemacht. Und das wird sich jetzt auszahlen. Naja, nur mit ihr nicht. Weil ihr will ich mir gerade ein bisschen aufheben. All in the name of peace. So, hier stehen nicht viele Leute. Du hast eine Lanze in der Hand, ne? Ne, du hast eine Axt. Du bist tot. Bist sowas von tot. Ich brauch nicht mal hier diesen, einen Special-Angriff nutzen. Was sag ich, wenn ich mit einem Rapier drauf brauche? Alter, vier Schläge. Ich lebe, um wieder zu kämpfen. Ultra-Verdichtung. Ich denke mal, wenn ich über Reiten mache... ...sollte ich mich noch wegbewegen können. Zwei auf einen Streich. So, und jetzt bist du dran. Aber für dich... ...hab ich eine Stahllanze. Scheine, dass du keinen Bruch kriegst. Habe ich dir halt noch eine Axt ins Gesicht. Da bringt dich nicht mal um. Dann halt nicht. Dann halt Magie. Magie funktioniert immer gut gegen die... Oh, ein Grit auch noch. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das anständig? Einmal den Weifernritter und... ...vor allem die, da will ich ansprechen. Da darf ich aber nicht in den Nahkampf geraten. Ich darf halt auch nicht so kämpfen, dass die sterben. Vielleicht kann ich ihn locken? Irgendwie. Ich lock erst mal den da an. Ich nehme jetzt extra eine... ...schwache Waffe. Beziehungsweise eine, die ihn schlecht trifft. Bewege alle anderen weiter vor. Blockieren. Blockier da. Ich kann die nicht in mein Team holen. Also ich habe das gerade einmal getestet und mit dem Zeitkristall zurückgespult. Also ich kann die nicht ansprechen. Geht nicht. Du kriegst nichts von mir. Du kriegst nichts von mir. Daneben. Überlebt das. Aber ich muss jetzt dringend mit dem da weg. So. Zuallererst... ...das Wichtigste von allen. Können wir uns direkt nämlich eine Sache hier... ...von der Liste ziehen. Hau ich hier erstmal 20 rein. Ohne, dass du dich wehren kannst. In deine Visage. Also ja, äh... ...ich habe das halt wirklich schon getestet. Ich kann nicht mit denen reden. Also ich könnte mit den eigenen Charaktern mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwer speziell mit denen reden will. So, wehen von euch scheiße ich denn aus? Dich. Ich könnte die beiden ja einfach mal leben lassen. Vielleicht, äh... ...fliehen sie sich nach der Schlacht mir an. Könnte natürlich auch sein, dass das einfach überhaupt keinen Unterschied macht. So, dann haue ich dich mal weg. Ah, okay, der zieht sich zurück. Der stirbt nicht. Okay, ich kann die... ...ohne Bedenken umklatschen. Dann mach ich dich auch mal, alle. Mit 28% hast du noch getroffen. Ist das dein Ernst? Ich werde dich ganz schön fragen. Daneben. Ins Loch. Du bist schrecklich. Das ist es. Ich gehe. So, nur noch einer. Und ich habe einen schönen Vorteil dir gegenüber. Erstens, dass ich dir einen Bruch gebe. Und zweitens, dass ich einen Waffenvorteil habe. Und zwar so klar, dass du dich belebst. Ich habe damit sogar gerechnet. Ach, mit dem langen Bogen finischt ich nicht. Mit dem Stahlbogen aber. Oh, ich habe verloren. Ja, die Lucina auch nicht viel geholfen. Ich habe verloren. Das ist so frustrierend. Das ist so frustrierend. Bei Rosado muss ich nochmal sagen, ich dachte erst, das wäre ein Mädchen. In welchem Fall, können wir sagen, dass sie fünf haben. Fünf? Ja, die Räume aus dem Lethos Castle genommen. Die Räume des Sage-Lords, die Azur-Twins, die Instruktion, und natürlich die Prinzessin Exalt. Prinzessin Hortensia war die dritte, wie Sie sich erinnern. Neben diesen vierten, es gab einen von deinen Vorbeeren. Welcher? Wenn ich das so, glaube ich, es ist die Räume der Lady des Plains. Die Räume erinnert, oder so habe ich gehört. Er hält es in seine persönlichen Schäden. His Schäden? Das ist wunderschön. Fyrenee hat eine Halle in der Kastel selbst. Wo ist dein König, die Räume? Wie Fyrenee, wir uns in eine spezielle Galerie in der Kastel. Speaking of which, wie schnell wir können, dass wir nachdenken? Ich bin wirklich Angst, dass die Situation da ist. The soldiers should be back from patrol soon. Let's prepare to leave. Thank you. If anything has happened to my father or brother, I don't know what I'll do. Oh Gott, es sind wollen hier wieder viele. Was von mir? Okay. Dann sammle ich euch noch eben kurz ab. Willst du wirklich gucken, ob da unten Fische sind? Ich glaube, dass ich wirklich die unten nicht anwerben konnte. Vielleicht später irgendwie. Ja, ich helfe ihm vor allem, mal Selbstvertrauen zu kriegen. Ist das ein Feige? Ne, das ist ein Adler. Du, du übertriffst dich immer selbst. Du bist ein wertvolles Mitglied. Ein Aura-Adler. Ah, dafür muss ich ja Spenden sammeln. Ja, immer wieder gerne. Oh, dear. Ja. Ich will nicht noch da unten. Hast du einen Moment? Das ist mir klar, dass du mich da nicht mehr heilen kannst. Dann habe ich mindestens ein oder zwei gebrochene Knochen. Mindestens. Weil wir sagen, wir haben einfach mal, vielleicht bleiben ein oder zwei Knochen verschont. Wir haben zumindest ein Täubchen schon mal. Oh, wow. Ja, stimmt. Wir haben dieselbe Farbe. Da hast du vollkommen recht. Wow. Ja, das Laub hier ist wirklich schön. Right. Du warst auch wertvolles Mitglied. Auch wieder eine Mietekatze, aber ich darf sie nicht mitnehmen. Indeed. Oh. Okay, jetzt habe ich jeden hier bequatscht. Ja, ich habe definitiv jeden hier bequatscht. Okay, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. -